GDI wurde ausgewählt. Bitte warten. Empfangen Sie mich. Gut. Ich weiß, Sie brauchen mehr Informationen, aber die Zeit ist knapp. Nordtruppen haben diesen Brückenkopf bei X16 Y42 ausgebaut. Das Datenmaterial kommt gerade erst herein, aber wir haben schon eine Lücke in Ihrer Verteidigung entdeckt. Commander Carter könnte Sie mit seinen Rackkreuzern an Land bringen, etwa hier. Vielleicht kann auch ein bisschen Feuerschutz geben, aber das Ganze bleibt ein Job für Fußtruppen. Ihre Mission ist simpel. Sie dringen in die Befestigung ein, schalten alle Norddroiden aus und errichten eine Basis als Brückenkopf. Viel Glück. Neue Bauoptionen wird gebaut. Verstärkungen sind eingetroffen. Leider nicht möglich. Konstruktion im Gange. Konstruktion im Gange. Wird gebaut. Leider nicht möglich. Konstruktion im Gange. Verstärkungen sind eingetroffen. Leider nicht möglich. Konstruktion im Gange. Verstärkungen sind eingetroffen. Leider nicht möglich. Verstärkungen sind eingetroffen. Leider nicht möglich. Leider nicht möglich. Wird gebaut. Jawohl. Konstruktion im Gange. Jawohl. Mit傷atoren sind eingetroffen. Seit sch historian erste. Mit 근�borne-atoren sind eingetroffen. Jawohl. Jawohl. Seit schoncupIM. Bewusst. Jawohl. Konstruktion im Gange. Wird gebaut. Mit Ordnung sind einzah´ für sich. Jawohl. Jawohl. Reich auf. Jawohl. Jawohl. Kolsch BIange. Einsatzziel erreicht. Nazi-Buran, Anglicon, Fallout, Wander. I don't know, but it is now a fruit hole with me. сы'k zil. Esang yeniama elни Onlet! Bis zum nächsten Mal. Gute Arbeit, dein Brückenkopfkommando. Ich schulde Ihnen noch ein paar Daten über Nord, damit Sie Ihren Gegner kennenlernen. Das hier ist Cain, der selbsternannte Führer der Bruderschaft von Nord. Warten Sie, ich schalte Sie rein. Der Zustand wird kritisch. Wissen Sie, warum sich Nord hier am Strand so fest beißt? Die beschützen eine riesige Tiberium-Raffinerie, die unser Geheimdienst wohl übersehen hat. Ich brauche dringend Verstärkung. Nord-Truppen strömen aus dem Stützpunkt und erdrücken uns fast. Wir müssen einen Schlag gegen die Raffinerie und die Infanterie-Bots führen, bevor die unsere Stellung überrennen. Ich weiß nicht, wie lange wir sie noch halten können. Verdammt. Sie haben es doch gehört. Worauf warten Sie noch?